Ich kann ja nicht viel machen. Muss ich in die Kredit jündigen. Fünf. Vier. Äh, schnell auf, was kommt denn jetzt? Eine Mundladung, oder? Zwei. Eins. Wiedersehen. Was gibt's? Abend. Danke. Ich geh nicht noch mal in den Knast. Du warst im Knast? Und das für ihn? Einbruch und Raubüberfälle. Raubüberfälle? Also krieg ich jetzt einen Kredit oder nicht? Ich weiß einfach alles über meine Kunden. Was sie verdienen und vor allem, wann die nicht zu Hause sind. Ich mach sozusagen eine Ausbildung bei dir. Siehst du die Scans? Ja. Die Ausbildung beginnt. Du schnappst dir den größten von den Typen und machst ihn platt. Und Regel Nummer eins. Nie lange fackeln. Ich hab sieben Jahre lang versucht normal zu sein. Ein normal sein, das ist für Arschloch. Du bist nicht mehr ganz dicht. Was, der Schiefer! Ja, Mann, der Typ, der hier wohnt, was macht denn der so beruflich? Der hat eine Sicherheitslämmer. Was? Criminalpolizei. Bei Ihnen ist eingebrochen worden. Ich will Ihren Ausweis sehen. Entschuldigung. Sie behindern gerade die Staatsgewand. Was halten Sie davon, wenn ich mal zu Kollat gehe und ihm zeige, was Sie in den letzten Wochen so fabriziert haben? Und was halten Sie davon, wenn ich Ihnen mal ordentlich die Fresse pulle? ! Ich hole Sie in denبر shops, bis kulat. Ich habe es schon einmal angesprochen.